Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. So alles stehen in Gänste. Wir sind ja alle diese Zeiten nur nur so, dass wir die Lokalausgaben der NATO-Presse schicken. Sie formiert einseitige Berichterstattung. Die Medien schießen auf eine Friedensgewegung. Verhältlich hat die Mutter, stell dir zuerst das Krieg und kein Land heute. Und sagt mir, wo die Friedensgewegung ist, wo ist sie geblieben? Diese Restituierten fragen sich ja so für jeden. Nein, wir bewegen müssen sich mal ein. Selbst für den Frieden nicht helfen, denn es scheint an kurz Zeitgedächtnis zu liegen. Checkt die Archive, ihr wart die, wie diese Kräfte beschiefen. Von FH5 bis zum ZDF, von der Welt bis zum Spiegel. Die fördernden Texten, die Kriege mit dieser Netze auf Siegel. Seid der Arzneimittel, die Marsch ab und Essen verschrieben. Mit Klaus der Kirche, die Medien, die Gruppe, die Menschen, die Kriege. Aber meine, ich seh' in der Juden-Karriere, es gibt uns gut zu tun. Wie nur noch ein Spiel, das wir tun. Wir haben die E-Mail-Fanzen auf die Welt, die Union, die Sie jetzt recherchieren. WocheурeGehps-PräsSheff-Präsidenten einer Mick Snowarrery. Dasocks-Präsidenten Mit der Brot auf. Nieder, na ja. Die kenne ich, ja, ja. Ja, die sind wie Gefrüßt oder was? Stinkstiefel sind das, ja. Der eine, der eine hat eine Frau von Kadhi gebracht, weil er behauptet, dass sie hätte ihm das Gesicht geschlagen. Er hat ihn noch nicht mal berührt. Er hat erzählt, er hätte ihm eine Passkunde verpasst. Ich muss mich gratulieren, du bist eine Lebensretterin. Jetzt weiß ich endlich, was du für eine Granate nimmst. Du rufst es davor aus. Und wir machen, wir haben Angst, um in der Partie in diesem Land, seit 200 Jahren, wenn Gründrichter an Impfstatus verknüpft. Die Dame, die ist super. Die hat die Augen überall. Das ist wie ein kleiner Engel, der so auf uns schwebt. Jetzt hör mal auf. Jeder hat das Druck, den wir vom Gefühl an, wenn nicht nur, wenn man sich impfen lässt. Das muss jedem Demokratie, den Land und der Kraber. Und du könntest alle nur ans Herz nehmen, wenn ihr nicht wollt, dass ein dritter, ein drittes Jahr, ein dritter Wettler, Ja, ich bin in der Kammer vorbeigelaufen, das kann sie nicht so machen. Ich bin ja nur vorbeigelaufen und hab die Zuhörer aufgenommen. Ich hab mit denen auch keinen Stress, aber ich hab denen das nicht vertrieben, dass wir die eine Frau vom Kadi gezogen haben, mit diesem Phantom-Schlag, das ist gar nicht gehört worden. Aber die kennen wir, die sind ein altbekanntes... ...und drei Jahre lang, alleingelassen und isoliert worden... ...die sind gleich abgehauen. ...bisschen... Das ist das, was wir nicht mehr wollen und wo wir nicht mehr mitmachen. Wir schauen nicht mehr tatlos zu, wie unsere eigenen und unsere Kinder von unserer Regierung tyrannisiert werden. Wir haben hier ganz viele Pflegerinnen und auch Ärzte, viele Menschen aus dem Gesundheitssystem, die bei uns mitlaufen. Und wir haben die wahre Information, was in den Altersheimen passiert ist. Dort sind Menschen, die krank sind. Dort sind Menschen, die zum Beispiel Alzheimer haben. Und diese Menschen haben es nicht mehr verstanden, dass sie von heute auf morgen keine Besuche mehr entfangen haben. Und wenn man Alzheimer hat und nichts mehr sieht, außer seine eigenen vier Wände... ...diese Menschen haben aufgehört zu essen und zu trinken, weil es für sie nicht mehr wert war, in diesem Leben so weiterzuleben. Was ist wirklich? Unsere Energie hat hier ein höchst gemachtes Problem. Sie sind für diese Energiekrise selbst verantwortlich. Karl Putin oder irgendwer anders ist für diese Energiekrise verantwortlich. Das ist ganz alleine unsere Appel-Regierung mit 16 Jahren Vorherrschaft von Merkel. Unsere Appel-Regierung setzt wieder. Sechzehn Jahre schlägt euch noch nur auf die Trägerung. Alles gut. Ich wollte dir nur deine Aufnahmen nicht sagen. Die juristische Immunität von Politikern aufzunehmen. Und vor allem, wie es ist, und für öfter mal eine nette Fahrerindustrie, hier in Lauterbach endlich fast zurück und in den Knast zu stecken. Dieser Mensch ist alle. Wir fördern Lauterbach in den Klass. 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 Und dasselbe, was unsere schöne, kluge Außenministerin Frau Baerbock sich vor zwei Wochen in Schöcheln geleistet hat, wird in jedem Grübel zu denken geben. Sie hat ganz klar ausgesagt, dass ihr die deutschen Wähler scheißegal sind. Das war klasse. Sie machen bald Schritte und so weiter. Sie gehen durch Richtung össens Hablugegas. Diese Worte werden nicht zusammengeschnitten. Und das von einer deutschen Außenministerin. Diese Frau wird sofort abgesetzt. Sie muss eigentlich von allein zu Hause treten. Bärbock raus, Bärbock raus! Und unser Herr Ministerpräsident Weil war einer derjenigen, von dem Ministerpräsidenten in den letzten zwei Jahren, der unschärfste unsere Grundrechte eingeschränkt hat. Und wir dürfen diese Taten nicht mehr vergessen. In Deutschland ist es so, dass wir sehr schnell die Taten unserer Politiker vergessen. Wir, das ist nicht mehr. Wir werden wieder zurückkehren. Weil muss weg! 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 Herr Wein wird am 1.10. die Corona-Maßnahmen noch nicht einführen. Das hat er mir selbst persönlich in einem Interview gesagt. Für ihn ist der 1.10. noch zu früh. Liebe Leute, wir gehen hier auf den Bürgersteig. Ja. Nein, nein, wir müssen hier drauf. Und warum wird Herr Wein am 1.10. die Maßnahmen noch nicht einführen, wie von der Bundesregierung eingeführt? Weil am 9.10. die Wahl sind. Und wenn er seine Wähler nicht jetzt schon abschrecken will, wartet dann lieber noch ein bisschen. Und deswegen sagen wir, Leute passen genau an, wenn er uns nächste Woche macht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.